moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena wir sind hier wo sind wir hier noch mal ein high rock und wir hatten es schon ewigkeiten her tut mir leid hatten wir noch mal gemacht gehabt muss jetzt noch mal schauen wo ist die letzte seite markt in your map contentional map the hearts of the dead the crypt of hearts in high rock in high rock hatten wir bis jetzt krypter der herzen mein sukuras hatten wir das letzte mal hier krypter der herzen aber wir hatten gesagt gehabt wir wollen zuerst hier ist aber 25 tage wir wollten noch mal dahin wir müssen leveln und wir brauchen geld deswegen gehen wir zuerst dahin ja wir gehen noch mal hier rein wenn wir schon alles warte mal hatten wir überhaupt noch von den anderen dingern hier aber wir hatten die dinger nicht verkauft verdammt 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 hier noch mal raus suchen wir mal eben die nächste stadt hier links helden ein tag verkaufen wir die sachen mal eben ganz schnell ja gute dame sagen sie mal wo ist der nächste ist doch hier ok dankeschön wir müssen die sachen erst mal eben ein bisschen verkaufen weil wir brauchen etwa ein bisschen geld und müssen dann auch mal ein bisschen level ich glaube hier ist das schon das ding hier oder wir gehen hier rein so gut daher ich habe hier ein bisschen was zum verkaufen genau hier in 37 gold dann hier auch nochmal er nur 27 warum auch immer in der film genau man ein bisschen wird und geben die immer so wenig geld ja mann diesen reich der 18.000 was gibt der? 461, ok dann hier der Bohrhammer dann hier den Mark, 1012, ist auch in Ordnung hier Bracelets hier genau in den Belt North, 2900, das ist auch gut und den Amulett 4000 boah ok, wie viel haben wir jetzt an Geld? fast wieder 50.000, nice aber wir müssen jetzt nochmal kurz zum Magier-Gilde hier schaun wir mal an, wo könnte die denn jetzt hier sein? ich glaube ich glaube es ist das hier entweder so das oder das und das könnte auch ein ganz normaler Tempel sein ich glaube wir fragen lieber die Leute mal nach hier du sag mal wo ist denn die Magier-Gilde? äh, südlich von hier, ok also also diesen Weg so, gute Dame du kannst mir bestimmt auch mal sagen wo die Magier-Gilde ist du kannst mir bestimmt auch mal sagen wo die Magier-Gilde ist ist auch East ok also diese Richtung da ist er aber schon und dann suchen wir uns mal einen Zauberer ist er denn? wo ist er denn? hier ach, hier so mehr Gilde nein das nicht warte mal wie viel äh, haben wir denn? wie viel brauchen wir? ok, das läuft wieder wir brauchen davon 69 das reicht 69 das reicht 69 das reicht das reicht das reicht das reicht 69 das reicht 3454 kostet ja das heißt dann können wir jetzt los nochmal ein bisschen skillen gehen noch mal ein bisschen Geld verdienen dann gehen wir dann da sind wir da und auf zum es geht jetzt hier nur darum zu skillen, aufzuleveln, bisschen geld zu verdienen in dieser folge werden wir auch nicht mehr machen der hat zumindest 42 gold meister kennen wir hier auch schon und den können wir nicht viel kriegen auch hier war die eine tür verdammt und wir haben nicht gespeichert als wir hier ankamen verdammt nein 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 scheiße super anfange super start in die folge alles was wir gerade gemacht haben war umsonst das heißt den ganzen schrott dürfen wir nochmal wieder verkaufen du sag mal wo ist denn der nächste store hier der hat es mir auf die karte geschrieben ja okay hier geradeaus und dann links so verkaufen wir das alles hier nochmal aber war das räudig gerade so wir brauchen wir das alles noch einmal hier okay die preise hat er sich gemerkt glaube ich ja ja geht so aus so so genau platten hellen nochmal hier nochmal ein gold ja irgendwie für den anderen schwert dann nochmal die 16.000 oder 18.000 war das war 18.000 genau das war jetzt aber echt räudig so so dann haben wir hier noch so 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 dann so dann den amulett noch aber alles ist verbraucht ich bin mir jetzt grad nicht sicher naja egal das heißt noch einmal zum magier hier du sag mal wo ist denn die magier gilde ok das westen also da das war jetzt aber echt dumm ich glaube hier rum zu gehen ist doch keine idee wir gehen hier durch egal nicht weiter aufregen gleich machen ist eine sackgasse oder wir gehen hier durch du sag mal wo ist denn die magier gilde aber wir sind schon zu weit wo ist denn die dann eine sagt im norden da sind wir dran irgendwie vorbei gelaufen das ist die mädelsgehalt da haben wir sie hier immerhin steht er hier direkt vor wieder 69 potions 69 ja so dann machen wir jetzt vorher ein save game damit wir nicht nochmal drauf gehen machen wir hier ein save game und dann reisen wir jetzt noch einmal crystal tower 25 tage das in ordnung so das dritte mal diesen bildschirm hier so und hier machen wir auch nochmal ein save game auf die 2 denn für den fall sollten wir drauf gehen können wir hier nochmal abrufen der hat nichts und der hat auch nichts ok und wir gehen diesmal hier dann so wo ist denn der da ist der so der hat nichts aber mittlerweile finde ich es lustig dass die wieder regenerieren bleibt liegen ja und wir gehen mal da rein hinter mir ne auch nicht hier ah da ah nur ein dolch ok ok und fein der andere auf ok wo sind wir er hat nur einen buckler und stab so aber die nehmen wir mal mit so dann können wir jetzt nochmal nach oben gehen dann machen wir hier auch nochmal ein save game auf die 3 3 schnell ähm gut zu digger gering eh neil nein So Step Game 3 So Healing Crew Come Und nochmal die Und nochmal hier liegen Warum reagiert der kaum? So 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 Den haben wir erledigt Und Jetzt gehen wir mal hier drauf So Noch ein Schätzchen Dann sagen wir mal Hier machen wir auch nochmal ein Save Game Auf die 3 So Hier einmal rüberspringen Genau Und der hatte nichts Ja Nehmen wir mal mit Erstmal nehmen wir alles mit Was wir finden Ihr kennt ja das Spiel Dann schwimmen wir hier noch rein Dann schwimmen wir hier noch rein So Hallo Ah Kleine Arschloch Ah da hinten ist auch noch einer Wie soll ich an den da rankommen jetzt Warte mal Kann ich hier drauf gehen Dann müssen wir einmal auf den Bogen wechseln Wo haben wir den? Hier Ebony Longbow of Luck Und dann hier nochmal Keeling True Wo ist der denn? Was? Keeling True ist weg Äh Und wo ist meine Waffe hin? Habe ich den nicht ausgerüstet? Das war es mit meiner Heeling True Okay Mit dem war es das jetzt auch Ich habe es mit dem Dann wollen wir Den und Den nochmal Ist das nervig Wenn die da hinten hängen Also in der Luft Hatten wir in der letzten Folge Nichts hier repariert Oder so Da waren wir nirgendwo da Unterwegs Ich habe das komischerweise Aber so in Erinnerung Dass wir Alles schon repariert hatten Ja okay Ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her Komm schon Wie viele Skillpunkte Haben wir jetzt eigentlich? Äh 5,73 Millionen Oh Hinter mir auch noch einer Ja da Da ist der Gleiter Kollege Ähm Nochmal heilen Okay Okay Den haben wir erledigt Natürlich hat er nichts So Hier gibt es aber ein bisschen was Der ist super einfach Das wird jetzt aber auch ein Spaß Hier wieder raus zu kommen Gleich Komm Können wir da hin Hier ran Komm wieder hoch Komm hoch Was ist mit dem? Wie hatten wir das letzte Mal geschafft? Das gehört vielleicht So war es auch nicht Wenn ich wieder mal hochgehen würde Komm Komm Nein Oh Hintet nochmal Wie hatten wir das Aufgekriegt gehabt So jedenfalls nicht Auch nicht so Hä Wie hatten wir das nochmal aufgekriegt gehabt? Da hatten wir hier einen anderen Weg gehabt Anderen Ausgang? Nee Hier ist man wirklich dann gefangen Hatten wir das nochmal aufgekriegt? Die Gegend hat nochmal Jetzt ernsthaft Ich komme hier nicht mehr raus Hallo? Hallo? Omm, ich will hier raus. Ah, okay. So, haben wir es geschafft. Jo, der ist ein bisschen stärker. So, der hat aber wieder nichts, natürlich. Wie viel haben wir jetzt an Erfahrungspunkte? 5,8. Also 5,8 Millionen. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein State Game, weil wir es geschafft haben, wieder rauszukommen. Oh, auch gleich zwei Stück von denen. Jo. Aber beide dafür sauen jetzt. Aber beide hatten nichts. Nochmal kurz heilen. Nein, ich hänge fest. Und dann nochmal wieder zurück. Der ging mit 1. Schlagdauern. Jo, jo. Braves Wolfi. So, haben wir hier noch eine schöne Truhe. Nicht viel wert zu sein. Oh, die Dinger. Die nehme ich komplett hier auseinander, bisher. Immerhin. Wir müssen definitiv gerade wegen diesen Viechern und den Steingolems stärker werden. Weil die nehmen uns komplett immer auseinander. Hier ist wieder nichts. Aber hier wenigstens. Na, wieder dieses Geräusch. Wegen dem man nichts mehr sonstiges hören kann. Und hier haben wir wieder den schönen Sarg. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie wir in der nächsten Folge noch ein bisschen hier weiter skillen. Und in der darauffolgenden Folge werden wir wahrscheinlich zumindest ein Level aufgestiegen sein. Können dann wieder was alles verkaufen und so. Und können mal schauen, wie wir dann weiter vorgehen. Aber jetzt erstmal vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.